Schnell ran mit dir. Ich liebe dich. Leg das weg, los. Mein Vater hat gesagt, ich soll hierbleiben. Wo ist er? Bis jetzt können wir nur mit Sicherheit sagen, dass Sarah Minos den Jungen immer noch bei sich hat. Irgendwas stimmt mit der Geschichte nicht. Warum sollte sie das riskieren? Für ein Kind, das sie nicht kennt. Dieses Arschloch hat deinen Wirkel erschossen. Und jetzt sucht er nach dir. Also, was tun wir? Was ist dein Ziel? Willst du ihn retten? Er ist nicht dein Sohn. Ich weiß. Spring rein! Komm runter! Ich will dich nicht auch noch verlieren. Das ist unsere einzige Chance, hier rauszukommen.